Das ist doch die Mutter Courage. Nee, das haben wir gehört. Warum heißt sie Courage? Heißt nicht Courage, aber hast Angst vor Krieg? Deine Söhne fürchten wir nicht, das weiß ich von Ihnen. Ich fürchten nicht. Eilöf, Schweizer Gas, K-Trainer, so möchten wir alle zur Rissen werden, wenn wir uns zu tief in Krieg eingelassen täten. Ah, hey! Das kostet einen Gold. Jetzt ist das Feste. Vielleicht kommt es wieder. Gott, zum großen ist es vor allem. Erzähl's ordentlich. Katrin, du bist es. Ich weiß nicht. Weil er die Pfeife nicht aus dem Maul genommen hat dabei. So beiläufig war es bei ihm. Reg doch, du dummer Hund. Da fällt mir nur die Gäste noch eine Gelegenheit rein, wenn ich sie nicht hab. Dann kommst du mit uns mit. Da ist einer, dessen Namen wir nicht kennen. Bei dir hat er was zu essen bekommen. Schau, schau dir an, ob du ihn kennst. Kennst du ihn? Was? Wir werfen ihn auf den Schindanger. Er hat kein Ding kennt. Der Krieg hat noch ein Fluch sein. Bitte!